Hallo Leute, willkommen zurück auf DeinCraft hier auf der CityBuild. Zuerst mal eine Ankündigung fürs Wochenende und zwar morgen ist Buddlebox-Event, das ganze 19 Uhr. Und am Sonntag ist Bilderrätseln, allerdings weiß ich jetzt nicht die Uhrzeit genau. Hätte ich vorher mal nachschauen sollen, aber ich wette ab 17, 18 Uhr rum. Guckt einfach auf dcr.bz, ist in der Videobeschreibung verlinkt. So, ich wollte jetzt nochmal eben durchgehen, ob hier noch irgendwas zu machen ist. Ich glaube beim letzten Mal habe ich soweit alles aufgeräumt. Hier den Shop könnte ich eröffnen, allerdings... Ja, das bringt nichts. Ich muss eigentlich farmen. Was ich aber jetzt zuerst teste ist... Er zeigt mir ja wieder nicht an, dass das meine Protection ist. Aber diesmal scheinen die überall noch drauf zu sein. Das funktioniert dann wohl schon mal. Da muss ich ihnen ja nur noch hinzufügen, ne? Ähm... Verdammt. Tim 2016 007. Ich habe das schon so oft geschrieben, jetzt habe ich aber gerade nicht genau gewusst... Wie er geschrieben wird. Tim 2016 007. Hi. Na aber... Achso, die Effekte gibt es ja auch wieder. Raus nehmen, reinlegen. Ich glaube, es... Kann er die Tür öffnen? Das ist natürlich blöd. Aber... Kopieren. Erfolgreich eingefügt. Ich weiß auch gar nicht, ob die überhaupt noch aktiv spielen hier, die in meinem Hotel. Aber ich habe ja gesagt, solange wie das Plug-in rumbackt... Oh. Wollte eigentlich da einfügen. Müssen die Leute jetzt auch nicht die Miete komplett bezahlen? Das wäre ja Schwachsinn. Mit deinem Schlüssel auf die Protection... Ich meine, mit dem Schlüssel ist der Stock gemeint. Weil das Schlüssel-Plugin ist ja, glaube ich, nicht mehr vorhanden. Die aber nicht. Ah. Der kann die Türen nicht öffnen, wo eine Protection... ...fehlt. Sobald ich die Protection anlege, können andere die Tür wieder öffnen. Ist wirklich ein komisches Plug-in. Aber was soll's. Irgendwann wird's schon gehen. So, ich mach mir jetzt erst mal hier unten schön Diamanten. Denn ich brauch... Oh. Eine Schaufel. Noch eine Spitzhacke. Ähm. Ein Schwert würde ich auf jeden Fall mal mitmachen. Damit ich das hier... Weil alles, was jetzt... Ja, wie soll ich sagen, alles, was jetzt hier nicht mehr so richtig in Ordnung ist, wird definitiv auch nicht mitgenommen. Deswegen hab ich hier auch noch die Spitzhacken drin. Da, 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 da... Dachte von den Bögen. Ah, ne, das war bei den Angeln. Da hab ich alles irgendwie doppelt. Boah, der Buster kommt schon echt cool irgendwie. Ah, wobei, das ist doof. Ich müsste vielleicht einfach mal irgendwo Level kaufen, aber es sind nicht mehr so viele online. Drei. Ja, es ist spät. Ich häng ja so ein bisschen, ein bisschen hinterher. Also, ich bin auch morgen nicht bei den... Ähm. Ich glaube es zumindest nicht, dass ich's schaffen werde. Ich bekomme Besuch von Freunden und wir wollen auf ein Konzert. Und ich glaube nicht, dass ich dann, dass ich's morgen dann schaffe zu dem Event. Aber vielleicht... Also, die sind dann morgen im Laufe des Tages wieder weg. Die kommen heute, sozusagen. Heute Abend geht's. Nur mal Fettparty machen. Ja. Homeportal. 15.11. Okay. Ich weiß jetzt nicht, ob ich da zwischenzeitlich schon mal drauf war. Vielleicht... Nee, glaube ich nicht. Ich hab doch ewig nichts gemacht. Und ich hab was vergessen. Wir nehmen auf jeden Fall auch noch eine Schere mit. Und ich brauche noch einen Eimer mit Wasser, falls eine Höhle kommt. Aber wo hab ich Wasser? Ach ja, hier. Das gab's auch zur Party geschenkt. Das ist ein Jerome Boateng-Trikot. Das passte irgendwie cool zu meiner... Zu meinem Outfit. Ähm, Wasser. Dut, dut, dut. Ah, da. Sehr schön. Und Lava ist aber soweit voll alles. Okay. Weil ich geh jetzt ein bisschen farmen. Zwischendurch gehört es eben dazu. Meistens mach ich's ja offscreen. Aber ich weiß jetzt... Den Shop einrichten bringt nix, wenn alles leer ist. Was ist das für ne... Kann ich das Wetter... Klima? Nee, ich kann nur... Tag machen. Ich weiß gar nicht, ob ich auf dem Text-Shop-Pack überhaupt alles erkenne. Ah, ich glaub schon. Ja! Was ist das denn jetzt? Warte mal, ich mach mal... Ups. Einfach so. Home Lava. Keine Ahnung, wo ich da bin. Oh, das ist Sand. Ja. Ich hab ja auch für meine Party selber viel Wolle jetzt verbraucht. Hühner schlachten ist immer doof. Gerade wenn sie im Gras stehen. Oh. Hab ich sogar trotz Gras getroffen? Nächste Woche hab ich auch wieder Computer-AG. Da werd ich richtig viel farmen. Das mach ich immer. In der AG. Die Kiddies, die zocken da immer schön Factorio. Auf nem Server. Unter sich. Na, ne, warte mal. Ich will da nicht lang. Das fand ich irgendwie besser hier, den Gang, aber... Kommt aufs selbe raus. Nur hier muss ich nicht so weit schwimmen. Oh, dann bin ich wieder draußen. Dann will ich doch hier lang. In der Hoffnung, dass da unten keine Sackgasse ist. Nein, oder? Es ist Sackgasse. So, dann gehen wir... Nochmal los. Halten wir uns jetzt mal ein bisschen mehr links. Habt ihr schon Hunger gehabt? Ne. Alle noch nackig. Sauber. Leder. Ich brauch unbedingt den Bogen. Ey, das nervt mich mit dem Schwert. Boah, das klang komisch. Na, du? Die Kuh hat das überlebt? Die war doch schon fast tot. Entschuldigung. Manchmal hab ich noch so leichtes Kratzen im Hals. Batsch. Da. Ich hatte es ja Anfang der Woche so ein bisschen ausgenockt für einen Tag. Noch ein paar Folgen ausgefallen. Nein, 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 nein. Nein, nein, nein. Oh. War knapp. Na, wer hat denn hier auch wieder Hunger gehabt? Gib mir deine Wolle, Schaf. Dachte, da wäre jetzt auch was. Ist aber nur Bio-Kill. Moment. Da. Und es gibt immer noch kein Optifine. Ich hab geguckt vor der Aufnahme jetzt. Forge ist noch nicht up to date. Das Texture Pack von Specs nicht. Und Optifine brauche ich gar nicht weiter gucken. Na? Ich bewege dich. Raus aus der Blume. Und mähe mich nicht an. Schafe sind hier gerade viel. Ah, eine Höhle. Oh. Ne, keine Höhle. Na, eigentlich schon eine Höhle, aber mini. Baumscharf. Hui. Hui. Und ich hab dann noch die Idee, Kisten zu sortieren. Also, so ein bisschen ist doch noch durcheinander. Also, die Kisten jetzt vom Inventar her. Boah, voll daneben gebasht. So, die Herde nehmen wir noch mit. Oder die zwei Herden. Hi. Nein, nein, nein. Nein, nein. Nein, 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 nein. Fläche abgammelt Ich bin der Coolschubster So komm wir gehen mal zurück Grundstück So hier muss ich jetzt erstmal ein bisschen was braten So mehr nicht Verrottetes Fleisch Also Pfeile Fäden Knochenmehl Spinnenauge Schneeball Was sucht denn da der Schneeball Ich sagte ja Tierloot Ach ich kann ja noch nichts sortieren Ärgerlich So das sind so ein bisschen die besonderen Items Aber wir haben hier noch Kram Zum Beispiel das Ist alles gelbe Wolle Ich hab ja gar keinen Platz mehr in der Wollekiste Kann man die vielleicht weiß färben? Ich hab keine Ahnung Geht nicht Und generell Kann man Wolle überhaupt wieder umfärben Oder mach ich's grad schon wieder falsch? Oder kann man die vielleicht sogar in diesen Kübel waschen? Wo hab ich den Kübel? Oh Ich glaube nicht dass es geht Aber ich probier das einfach mal Oder hab ich das schon mal probiert? Keine Ahnung Nö Geht nicht Aber das ist gut zu wissen Dann mach ich nämlich oben Noch ein Shop für gelbe Wolle Und zwar hier Vielleicht hat ja jemand Interesse an gelber Wolle Hunger Hunger Aber an der Stelle mach ich erstmal einen Cut Wir machen beim nächsten Mal weiter Hier mit dem Umsortieren Und ich danke erstmal fürs Einschalten Bewerten nicht vergessen Und hau drin bis dahin Denk morgen an die Events Und Nicht an die Morgen an das Event Und Sonntag an das Event Haut drin Tschüss